hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu birthdays the beginning hier ist euer spooky4f wir nehmen das ps4 gamepad in die hand und spielen wieder eine runde gott unsere mission ist es mehr stromatolyten entstehen zu lassen und damit müssen wir eben unsere welt ein bisschen anpassen weil so erschaffen wir hier leben wie wir das in der ersten folge herausgefunden haben und hier können wir gucken bei spielinfo was wir machen müssen wie viele jahre wir haben wann er geboren wurde quasi ära des ungeheuren lebens zeitalter dinosaurier und menschen geburt und wachstum einer zivilisation also ihr seht es geht durch alle zeitepochen da unten steht vergrößere die stromatolyten population auf 1000 sie gedeihen im flachwasser bei 48 grad also ist das unsere aufgabe aber ich habe noch ein bisschen mehr zu zeigen ich weiß nicht ob man irgendwie den avatar verändern kann habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden aber ich habe ich hier irgendwo wo war das wo war das hier objekte da gab es jede menge kostenlose dlcs mit diesen figuren die man dann auf seinen planeten bauen kann zum schmücken hier sind sogar die welt wunder zum teil dabei da kann man den planeten bisschen schön gestalten was er wünschen also wir haben da ein bisschen was zu tun hier pixel arts quasi nur und ansonsten dekoration also damit können wir uns auch ein bisschen beschäftigen und jetzt gehen wir erst mal wieder auf den planeten ansicht bevor wir irgendwelche zeit vorspulen oder sonst irgendwas genau ich habe jetzt auch die steuerung umgestellt jetzt muss ich gucken ob es passt ja ja perfekt weil jetzt kann ich nämlich hier auch viel besser fliegen ja auch es ist herrlich also da unten müssen wir hin circa das ist und tiefen drei genau da brauchen wir ein bisschen flachwasser dass die gedeihen können um ihre population ja zu erhöhen ich würde sagen wir müssen jetzt ach nee dieser knopf raus aus diesem menü und müssen wo war noch mal runter nein das war falsch müssen wir jetzt hier unten hin auf minus 4 dem bisschen platz schaffen weil die können sich dann besser vermehren glaube ich wenn die mehr platz haben so irgendwie hieß es machen wir das mehr hier ein bisschen tiefer weitens ein bisschen aus wir haben jetzt ein paar tp tp ist quasi unsere ausdauer so gesehen das können wir machen wenn die auf null ist müssen wir uns erst erholen im makro modus oder das war doch der makro modus und das hier ist der mikro modus oder wir machen jetzt einfach mal ein bisschen kanten flach gucken was dann passiert wenn wir die zeit vorhanden drehen ob wir da noch ein paar von denen bekommen wenn wir mehr mehr machen bekommen immer wer temperatur da stand 48 aber hier die sind jetzt zum beispiel ja bei 53 grad entstanden das ist die frage müssen wir jetzt irgendwie da unten noch ein bisschen paar berge rein bauen oder was ich würde ja gerne hier so eine kleine verbindung zu dem anderen mehr machen 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 wir einfach mal noch können wir eben nichts keine größeren flächen bearbeiten das kommt alles noch wir machen ja auch level ups bekommen dadurch neue objekte und fähigkeiten beziehungsweise objekte gibt es glaube ich auf der insel so zu finden auf dem planeten auf dem insel ich bin schon wieder bei arg im kopf auf jeden fall ein sehr interessantes spiel wie ich finde mit ja wie gesagt hat hier in der ja jetzt geht es nämlich bloß ein grad das hat hier begonnen mit einzellern und jetzt haben wir schon unseren ersten mehrzeller den stromatoliten und mal gucken was da noch entsteht wie gesagt es können dinosaurier entstehen wir können das leben der menschen erschaffen haben wir hier mal einen durchbruch gemacht und jetzt frage ich mich wann wir den nächsten durchbruch machen war das ist auf jeden fall richtig cool gefällt mir sehr wenn es jetzt am anfang wahrscheinlich ein bisschen schwer wird es wird am anfang ein bisschen unübersichtlich zum teil vielleicht wird weil es doch sehr viel zu beachten gibt aber ich glaube wir haben da jede menge spaß in dem game sowie wie konnte man noch mal raus zu einem an ja genau so habe ich noch richtig erinnerung da brauchen wir doch einfach mal ob sagt mir ein objekt gucken wir doch mal teich und brücke sind das ein kleiner teich mit brücke ach so den würde ich ja irgendwo hier gerne nebenan stellen da ist ja das ist ja cool aus warte mal dann machen wir mal den hierhin ja genau hier die brücke die brücke alles schade geht hier nicht jetzt kommen wir quasi nur hierhin bauen oder was näher kommen wir auch geht hier noch ein bisschen noch rüber schade das verdiene ich die brücke nicht gerade so drüber machen können das ist nämlich jetzt blöd kann man das ding auch irgendwie drehen so nicht da unten zumindest mal weil es wäre ja auch interessant wenn wir über die brücke laufen könnten beziehungsweise als halte ich mich an so kleinigkeiten auf aber das ist wieder typisch man will es natürlich machen wenn man es macht will man schön machen dann müssen wir ihn hierhin stellen ja steuerung so machen wir doch einfach mal ein zentreich mit brücke machen das hier noch ein bisschen kleiner kleiner dann wird man hier mit die lebewesen quasi über die brücke laufen können so sieht das doch gut aus wir können natürlich hier an unserem berg ein bisschen weiter arbeiten weil ich möchte jetzt gerne bevor wir die zeit anhalt noch mal ein bisschen auch unsere tp ausgeben vielleicht entsteht ja noch mehr aber ich denke das wird ein etwas längerer prozess mit dem entstehen von größerem leben das werden wir nicht so ohne weiteres jetzt einfach so hier hin zaubern können dann machen wir hier nochmal eins rum nein das war eins zu hoch runter zack 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 jetzt bin ich gespannt was gleich passieren wird also ich es ist richtig man weiß sogar nicht was man hier so macht aber jede tätigkeit die man hier vollführt wir haben halt eine große verantwortung weil jede tätigkeit entscheidet letztlich ob eine spezies sich weiterentwickelt ob sie ausstirbt ja oder ob sie eben mit den situationen zurechtkommt und sich wohlfühlt und einfach so bleibt so jetzt haben wir minus 1 grad geschafft das ist natürlich gut weil ich denke 53 grad celsius ist schon nicht mehr unbedingt die angenehmste temperatur da draußen in der welt auf dauer dann bauen wir hier unseren kleinen berg den bauen wir hier so wieder zu hoch zweimal dann haben wir ja schon gleich die kette fertig hier okay dann machen wir das hier gerade noch hier fertig weil so viele tp haben wir nicht mehr so was bauen wir jetzt hier oben drauf noch einen zaun nein einen zaun nicht das ist ein tori heiligen bereich nur für götter das ist ja das richtige cube und brüder die geschwister aus dem weltall das sieht irgendwie aus wie minions ähm warte mal so die bauen wir auf jeden fall hier rauf die sehen ja mal cool aus nein 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 das wollte ich jetzt nicht ich wollte ihm hier ein bisschen platz schaffen damit die hier wirklich so auf auf einer felsformation da oben hervorprangern ein paar tp haben wir noch das sieht doch schon gut aus wenn wir hier nochmal hoch wenn man diese ekelhafte dreckskante nicht sieht also dieses leben oder was das da ist die erde da drunter da wollen wir wirklich felsen sehen da oben und nicht nicht so dieses orangene orangene erdansammlung so jetzt aber aber jetzt sind unsere tp vorbei jetzt gucken wir uns das ganze mal an im vertrachtermodus so sieht das aus yeah cupid brothers haben hier oben den äh himalaya bestiegen und ja da unten haben wir das hier hui oh da haben wir wieder den den planetenkern gut gehen wir nochmal raus hier ähm nochmal x dann kriege ich das da unten weggedrückt okay dann gehen wir doch jetzt mal in den makromodus und schauen uns an was jetzt passiert wenn wir die zeit anhalten äh vorspulen so spulen wir schnell vor ja da ist doch was entstanden glückwunsch gut gemacht hier hast du ein kleines geschenk man nennt es saat des lebens ei sehr schön der nächste schritt besteht darin einen neuen organismus zu schaffen wenn du die saat des lebens verwendest wird ein organismus entstehen der zu diesem standort passt ah ok verwende dieses objekt um einen neuen organismus zu schaffen zyklomedusa oh zyklomedusa sind im grunde genommen uralte quallen sie leben in warmen meeren und fressen plankton während sie an der wasseroberfläche während sie an der wasseroberfläche schweben gehen nah an die stromatoliten heran und verwendet die saat des lebens ok wir haben genug tp punkte dafür dann gehen wir doch gleich wieder rein in den modus jetzt haben wir da unten nochmal ja 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 genau sorry falscher knopfgedrückt ich wollte eigentlich hier rein jetzt können wir das ja einfangen wie war das nochmal wie ging das nochmal oder geht das nur bei neuen äh oh R1 nach oben müssen wir eigentlich drüber oder so äh wie ging das nochmal ich kann gar nicht zurückfliegen äh ah jetzt so wie waren das jetzt nochmal äh so nicht so auch nicht oder mussten wir das in dem normalen modus machen oder geht das einfach nicht mehr weil weil die steht in nix ne normalerweise müsste das ja dabei stehen wie man die einfängt aber wahrscheinlich weil das die gleiche art ist ähm warte mal oh diesen modus gucken wir erstmal ob da was dabei steht makromodus ne mhm okay dann gucken wir dass wir jetzt einfach hier irgendwo das ding hin machen äh die saad des lebens wo ist denn die ist das jetzt ganz vorne wahrscheinlich ne wow der wildcat ja samen des lebens hier oh muss ich sogar drauf machen glaube ich ja genau geh jetzt wieder in den makromodus und lass dich alles entwickeln okay dann machen wir das wie konnte man hier nochmal den planeten drehen oder so hier so oh 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 ich hab die zeit ah da haben wir doch so ein Zyklomedusa und der bestand hier ist wachsend von stromatolithes und auch von zooplankton wenn hier so ein grüner pfeil ist dann wächst er alles läuft perfekt hier hast du eine saad der evolution dieses objekt bringt organismen zur evolution wenn du ihn bei einer lebensform verwendest kannst du sie in ihre weiterentwickelte form verwandeln ok verwende die saad der evolution um kalunia aus stromatolithen zu machen kalunia ist ein seetang aus dem proterozoicum gehe dazu zuerst in den mikromodus und finde einen stromatolithen sobald du einen stromatolithen gefunden hast hältst du deinen kurser darüber und verwendest die saad der evolution sollst du die saad nicht verwenden wird kalunia unter den richtigen bedingungen trotzdem erscheinen wenn du ein organismus ohne gegenstände erschaffen kannst passiert später vielleicht etwas gutes ah sobald du jedoch eine kalunia erschaffen hast kannst du weitermachen na dann versuchen wir doch einfach mal die kalunia so zu machen ohne den gegenstand wenn dann daraufhin was gutes entsteht da haben wir die quallen jetzt ähm ah jetzt da war ein fangen ach der auf dem touchpad genau oh oh mach hey geht nicht muss ich vielleicht doch in diesem modus ne geht nicht warum kann ich die jetzt nicht einfangen und zwar in diesem modus meiner meinung nach äh äh muss man da irgendwelche äh voraussetzungen erfüllen also hier haben wir auf jeden fall ziemlich viele stromatolithen jetzt äh was haben wir denn da überhaupt doch jetzt haben wir sie eingefangen captured eingefangen info zyklomedusa ja sehr schön äh äh stromatolithen also kann man jede gattung nur einmal anscheinend einfangen sehr gut dann haben wir uns da voll getäuscht so sehen die stromatolithen also über wasser aus haben wir ja schon mal direkt einen exklusiv einblick ok dann äh mal sagen was machen wir denn jetzt noch machen wir ein bisschen noch an unserem berg weiter und dann gucken wir welche voraussetzungen die die medusa äh nicht die medusa die andere braucht wenn wir nicht die evolutionssaat verwenden weil wir können uns die natürlich aufsparen für später natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist unter umständen ja verbinden wir auch das gebirge jetzt miteinander so ne also hier muss noch ein bisschen höher hier direkt vom berg aus ins wasser hier nochmal höher hier nochmal eins höher sehr gut hier eins tiefer hier dann haben wir hier auch so gesehen einen weg hinauf könnten hier nochmal ein bisschen hat das meer noch eine steilküste kann man von oben runter springen klippenspringer sehr schön ja guck haben wir da eine verbindung geschaffen das sieht doch schon toll aus das war glaube ich wieder zu hoch wollten es eigentlich hierbei belassen hier in dieser höhe ja komm dann ist hier noch eins runter ja hey ich treffe die nicht so wunderbar jetzt machen wir noch hier weiter und dann ist die folge ja eigentlich auch schon fast vorbei oder ist vorbei machen wir machen wir nämlich hier und machen dann das nächste mal weiter wenn wir jetzt den berg fertig haben und gucken wir uns an was vor voraussetzungen das neue wesen braucht die neue evolution ja so schön die sind auch schon gleich so abgebundet doch nicht sah so aus so sieht der berg doch schon ganz gut aus nochmal kurz in diesen modus hier wechseln um uns das ganze anzuschauen so mal schweben kann ich hier nach oben hier genau ah so sieht unsere welt momentan aus da oben das doofe das sieht ein bisschen blöd aus ich glaub das mach ich grad noch weg drei drei naja nicht noch höher so das ist ja nicht ganz so spitz hoch rausragen gefällt mir nicht und das soll uns ja auch gefallen das soll nicht nur ähm irgendwelche bedingungen erfüllen sondern auch sehr schön sein so möchte ich wenn dann auch spielen nein jetzt habe ich irgendwo im Wasser habe ich einen Berg gebaut glaube ich weil ich hochfliegen wollte lol ok wow achso fliegt man schnell sehr schön wo drehe ich nochmal ich konnte doch achso ne hier kann ich nur reinzoomen rauszoomen drehen kann ich so genau ok dann gehen wir jetzt in den Makromodus und ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn wir bei birthdays the beginning unsere Welt kreieren und Leben erschaffen macht euch einen schönen Tag bis dahin euer SpookyVF bye 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 ich ich Untertitelung. BR 2018